Ja Freunde, ich befinde mich gerade hier in einer ganz alten Villa und wir sind jetzt spontan irgendwo reingekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich befinde mich gerade hier in einer ganz alten Villa und wir sind jetzt spontan irgendwo reingekommen. Wo genau kann ich jetzt nicht sagen, sonst würde ich mich erschlagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in diesem alten Gebäude drin und ich würde sagen, ich mache jetzt ein kurzes Video mit dem Handy. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich würde sagen, los geht's! So, hier kommen wir natürlich in einem Raum rein. So, hier kommen wir jetzt in einem Raum rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020